User in your channel timed out Bis... Da... Ne, das war nicht Paul Doch So, willst du immer auf 2D los, oder was mit dir? Weiß nicht Gönnt halt nicht Soll ich jetzt noch mit Spinnern nicht? Wir haben uns da FNB, oder? Wir spielen gegen Luma Hab gerade mit Maxime geschrieben Also jetzt wahrscheinlich, er fragt kurz Gegen Luma, oder was? Nicht gegen Luma, nicht gegen so gute Doch, lass gegen Luma spielen Lass gegen Luma spielen, Alter Lass doch, nein, ich will jetzt nicht schwitzen Ich muss doch gleich meine Pizza auf Hä, Luma ist voll schlecht Nein, wir spielen doch nicht Er meinte, Nico ist gerade Was hat die jetzt gekackt, Digga? Digga, so wie Digga, die einzigsten Legenden, die es Auf Gommel gibt, sind Naturfront Pfff Mal Schmauer, Digga Und Hozuki Huzuki Besorgt mal Gegner, bitte We are We are We are Ey, such mal eine Gegner Lepimod Invisclient vor 15 Installer Also, muss ich mal direkt mal gönnen, ne? Maxi Denn hier ist kein Max Was? Ach ich Wieso ist Finn so schlecht in der MC? Weiß ich nicht Weil er nach Fisch riecht Das ist ein kleiner Spacki Er ist aber echt fett geworden, ne? Fins Freundin ist fett geworden Nein, ich zeig haltet doch mal in der Maul Werde ich jetzt? Hahahaha Ja Ein kleines dickes Wisschen Hast du ein Bild von deiner Freundin Film? Ey, ist ja nicht schlimm Digga Pfff Mein Paul, du bist ja auch fett geworden Ich kenn die doch nicht mal, alter Doch ich schon Ich weiß auch warum Aber das ist ja geil halt halt, alter Was? Was? Du hast dir das einfach so geschickt Digga Was so einfach so? Du meinst du hier Schüttelvorlage? Nein, was? Ja, was du Schüttelvorlage Hahahaha Das ist so absurd, ne? Ey, wahrscheinlich Stimmt noch Digga Imganda, oder? Digga, das ist so fett Ich mach jetzt mal kein Arrakesch, Digga Tschüss Digga, immer wenn ich mir das runterlade Fuck free, tausend von eins andern Frauen in ihrer Nähe Krass, Digga Bei mir auch Digga, da kommt so ne neue Seite Und dann kommt so ne Schüttelvorlage X.de, Digga Hä, ist das nicht Lydia? Halt die Pfeile Oh mein Gott, du Hut Bei mir ist hier immer Johanna Halt die Pfeile Was muss man mal so bringen? Johanna, 5 Meter von dir entfernt 3 3 3 3 4 6 4 6 Ja ok, ich hab Ähm, wir schwingen gegen Akura Wird von den klar von Shiko in Bisshutel runtergelaufen und so Oh, das ist nice, das ist nice Savage Ähm, in 3 Minuten hat der geschrieben Nice Jetzt haben sie dir 3 Spieler verkauft Digga Wieso verkauft sich ein Trunks-Spieler für 500 Coins? Wer spielst du? Spielst du Ultimate Team Card oder was? Ne Deine Mutter, die stinkt noch Nein, deine Freundin, die kann Blasen rum Blasen rum Blasen rum Blasen rum Herr Paul, wie bist du bei deinen Tanzpartnerin? Ich kann mich nicht daran erinnern Rebecca Lidia 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 HDS Stimmt, die ist auch viel zu fett zum Tanz Ach Junge, sei doch voll Ich bin zu möhren, ich hab's nicht faul Pass dich mal in die Ballschuhe rein Ist die wirklich fett? Nein Spaß Natürlich, Alter Sieht die aus? Oder sie hat so fette Knöchel, dass sie... Na, Spaß Das nervt man jetzt Ich bin's leise, finde ich ja Das ist ja auch besser so Das ist ja auch besser so Warum, wie hast eigentlich deine Mutter? Pfff, das sage ich nicht Was? Dom leckt auf Mein Vater ist Paul, die waren kreativ bei der Namenswahl Was? Mein Vater ist Paul, die waren kreativ bei der Namenswahl Hehehe Deiner? Nice, Alter Paul, Paul Paul ist voll der geile Name Nein, aber wenn dein Vater auch Paul heißt Mein Vater heißt ja nicht Paul Nein, Paul ist Paul Toll, Paul Toll, Paul Mein Vater ist ein Ungelogen, Paul, wer? Ungelogen, Ungelogen, mein Vater heißt Das ist dann aber echt ein bisschen, äh, dumm Das ist creepy, ich frage mich auch, was meine Eltern sich dabei gedacht haben Jaaaa Die haben sich das dabei, ja Scheiße, wir haben das dabei Deine Mutter war ne Hure Was war das denn? Was war das für geiles Sound, Mutter, Digga? Deine Mutter war ne Hure Ficken Wer ist das? Wer ist das? Ja, peace Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Jetzt waren irgendwelche drei Leute, irgendwelche verfickten Notensöhne, warte Darüber streite ich auch gar nicht Seid ich mich erinnern kann, stehe ich auf Kinder Ja, okay, langsam findest du das jetzt besser ordentlich aber Hab ich es denn gesagt, Alter, ich bin ein Fieber Seid ich mit Kinderpornografie hab ich jetzt zehn, Gott sei Dank Ich find sowas geil Na, welchen Müssen wurde ich da? Was denn jetzt für den Kindergartenhärzeller, bist du noch da oder ne, du Affekick? Du verdammtes Viechmann Darüber streite ich auch gar nicht Du bist sowas von verdammt alt Spasti, Alter Ihr dreckigen Penner Äh, nö, das war deine Mutter Pfff, du Arschgefickte Gummipuppen, Alter Was denn jetzt für den Kindergarten? Deine Mutter war ne Hure Ficken Ein Hurensohn Tschüss, du Affe Ohne Scheiß, wir sollten alle vor deiner erhabenen Ja, lass weiter an Deine Mutter war ne Hurensohn Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Cray Ah, ha, ha, ha Wunderbar, das wurde Und hat mir den Cray Hat mir den Cray? Ey, lass mich, lass mich, lass mich aufstehen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Heute sage ich euch, wie ihr eure Leistung des PC verbessert Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Cray Ey, so hab ich äh quasi abgefuckt Hey Leute, was geht und herzlich willkommen Deine Mutter war ne Hurensohn Na, ich spiel's ja quasi heute Ich spiel's ja quasi heute Ich spiel's ja quasi Ab Bisschen wir alle Alter, jetzt bitte, Witze, kann man ja das jetzt Ey, Storm ist so schlecht, ne Digga Ich zerspiele immer auf Battle an, Alter Ey, kennst du Stockzock? Kennst du Stockzock? Ja Ja Jo Leute, Stockzock, ist hier im Start Wir spielen jetzt mal eine kleine Challenge, kann man's nennen Wir spielen heute mal wieder diese MLG Action Und heute mit dabei steht Della Post Einmal für den Magen Nehmt alle an, wir spiel jetzt, Beho Halt, bin dabei, hier ist der Stockzock Wie Beams, der Stockzockt? Ich bin dafür, dass wir nochmal Crane holen Ja auch Nehmen wir den Crane hin 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 Keiner zu kommen zu einem, wir haben den Crane Haha Keiner zu kommen zu einem, Leut Hey Leute Wir sind mit dem Crane Wir sind mit dem Crane Moin zu Ich glaube wir wirklich gegen Dino was spielen soll Das sind nicht die Warum lief, Ma, wer hat das noch so, das hat jemand anderes gespielt Savage-U-Ball ist nicht schlecht Ja Meike doch Oh nein Oh nein Oh nein Savage legt rein, er wundert euch nicht Wer macht first? Ja Paul macht first Der D das ist, ich D das ist Ey, lieber nee Paul time Ich bin mein Best, ey Nur mein Best Sehr Da 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 Der D das, er wird halt nicht mal ged D das Paul macht first Er wird halt Null eingehen Ah Ich hab mir vier, ich hab mir vier Hey Ey, Digger, ich hab's zu Paul Ah Da ist es doch, da ist es Da ist doch vier Auf den Pickel hier Hau auf den Pickel hier Hau auf den Pickel Mann, Junge Ich hab doch gesagt, ich bin lecker, Digger Hier sind Blöcke, oh Ja, okay, hier Als ob du so krass legst Wo dann geht Ja, links raus Der erste ist gefailt Ja Ja Oh my god Oh my god Irgendwirst du halt von dem hab ich grad ein Video gesehen Oh, du hast so viel Glück Ne, du hast so viel Glück in einem facken Bild Was für Glück, denn der scheiß Minecraft, Digger Tschüss Ahaha, woher willst du das wissen? Ah, ich kann ja auch die Idee jetzt ja Ne, okay, was, oder was? Das ist so ein Beat Eieiei Was machen die, Digger, der Zeug ist auch gefehlt Eieiei Was machen die, Digger, der Zeug ist auch gefehlt Eieiei, was machen die, was macht Das ist ziemlich was lang Eieiei, der kann runtergehen, Essen holen und ne Rot Ramos Ja, moin Paul, Digger Oh, hey, ich bin so ein TV-Bahn, Jungs Warum liest du denn? Hey, warum liest du denn? Ich hatte eh keine Blöcke mehr, Schlafen, ne? Oh, Junge, die känten direkt Ja, okay, Abfall, Boys Ja, Moin Beim Abfall, Boys Ich finde die kleine Schule-Ratte Wollen wir mal fair sein und Freedom machen? Ich bin auch zu viel Nulles geguckt, Alter Ich finde diese Mauser, wie es irgendwie voll witzig, diese Videos hier nur Laufwand haben Fucking Light, Loch Äh, die ist schon direkt Paul, Alter Ey, unten direkt Paul, oder? HPro We aren't there We aren't Ein, capita Ash Kann sie auch hieruluigen Au echt вс Kirche ding we aren't there We aren't there We aren't there Spiel einfach Spiel doch ernst Was ist mit dir? Junge, hat, du spades Faul Er hat gelegt Ha ha, er hat gelegt Stimmt. Oh mein... Ist doch wrong, Alter. Was ist mit dir? Alter... Du bist ein richtiger Wichs von mir, Alter. Warum... warum splichst du mich denn? Mach mal boh, weißt du mich. Ich hab nicht fast damit ihr das Bett geholt, Alter. Na, Nico kannst nicht direkt wieder soundmühten, Digga. Die machen keinen Bogen, die machen instant EP, ne? Nein, die haben wir so. Ja, okay. Oh, so ein Wasser, der Fett ist so. Digger, nicht mal MLG kannst du. Du kannst auch kein MLG überhandeln. Doch, Digga, du bist immer der Fett, aber okay. Ahhhhhhhhhh. Was ist denn mit euch falsch? Mein Leben ist falsch. Ne, meins kann nicht. Fett. 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 Habt ihr irgendwie Autismus oder so? Jetzt mal alle, ich führe. Fett. 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 Du kannst es einfach nicht. Ich werde gerückt, hab es gleich selbst rein. Vaide. Wir müssen meine Bowberries noch weiterziehen. Oh Junge, Paul hat mich schon wieder gesplieft, Alter. Halt deinen Maul Halt einfach nur in den Mund Halt einfach nur in den Mund War das erste? Mach's hin drauf wie du unten am Kunde Was laufen sie von hier hinten? Ja sie ist ein nice girl Ja sie ist ein nice girl Alter Sie ist ein nice girl Boah die kommen wieder zu Also du Ey Paul wollen wir gleich meine Bubis weiter Ich hab den einen komplett Kante gegeben Sie ist ein nice girl Oh Ja 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 Sie ist ein nice girl Ja 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 Wir essen ein nice girl Du kannst jetzt mal vernünftig spielen Wie wir im zivilspielen Oh ich kann nicht im biotisch spielen Ist so krieg ich auch nicht Digga Ich lege Sag dein Mooko Alter Moom jetzt schon nicht rein Paul brauchst mir jetzt meine Bubis weiter? Nein Ich hab elf Blöcke Hä ich hab auch ein Blöcke Das macht der der die lege Der war auch keine Blöcke Du meinst du denkst du denkst du denkst Nein du meintest dich hat er selbst gesagt Passi Paul gesagt Du brauchst einen nice bo? Ja ich brauch Blöcke Und ich brauch eine bessere Borge Ich mach halt jetzt Ich treff halt sonst nichts Ja ja ich bring das doch Ey die hast du schon nicht Ich muss halt One Click energy machen Warum? Ja weil ich ja die Stanker Digga Weil du so schlecht bist Weil du so schlecht bist Ach ne Was? Was? Was Digga One Click hat halt mehr mit Skills Weil ich immer auf Kalypse Digga Fuck bin daneben gesprungen Also ich hab's Ich hab's gesetzt Aber bin block zuvor gesprungen Sie hat ein nice girl Ja Ich nicht Sie ist ein nice girl Ja Ist das Useless Turtle? Ist das Doomüsel Er hat richtig viel Er hat richtig viel Geld dafür bekommen Bei du solltest einfach nicht in der Mitte fliegen sondern einfach ganz nr Seht gleich jetzt nr durch Und einer direkt Basel. Ja, lass uns heute chillen gehen. Doch, ich hoffe, das vereinst du von der Basel. Sie ist ein nice girl. Heute, oder? Ey, jetzt blieb das mal weg. Blieb das mal weg. Nice, glaube ich, die zweite ist für sie auch gleich fertig. Jungs. Icebam. Und Mädchen. Also, ne? Oh, Mädchen. Ey, ist jetzt einer in der Basel? Nein. Junge, dann geh doch auf. Alter. Ich finde, ich werde dein Leben. Nein, du. Es ist ein B.J.Z. Das war's laufen, ne? Oh mein Gott, ich bin. Ich bin jetzt noch B.J.Z. Ich bin jetzt noch B.J.Z. Die hatten wir uns in den letzten Jahren. Das war nicht laufend. Ihr nehmt das halt ernst wie so eine Mutterjumme. Ja, so. Ich bin jetzt noch eine B.J.Z. Ich bin jetzt noch 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 B.J.Z. Da verlierst du auch kein Edo. So. Nur, die Ding hat sich für schlecht an. Da hat er ja vielleicht einen schlechten Ruf, das ist ja. So. Jetzt habe ich das nächste abgeschlossen. Ich bin jetzt noch B.J.Z. Das ist ja schon mal B.J.Z. Ich bin jetzt noch B.J.Z. Was für Avkardia. Ich bin nicht mal Bestev. Ich liebe mich. Lass uns trinken. Wie wohl Sahne? Der ist 20k, mehr als 20k. Na na, ich nenne Sane, man. Hallo. Du Sahne gezogen hast. Ich hab Sahne gezogen. Ich hab Sahne gezogen. Und Mavre in einem Rekt. Mavre in einem Rekt. Witzig wenn ich lecke. Da macht der andere jetzt. Digga, der kostet 30k, man. Ich muss nicht essen. Ich behalte ihn, ich behalte ihn. Paul, du musst es eben schon essen. Ich kann noch nicht einmal essen, oder? Ich habe eben meine Pizza nur eingeschoben. Die ist ein nice... Ich kann es auch beim Zocken essen, Digga. Nein, ich nicht. Aber ich habe noch Hernandez von Real Madrid gezogen. Der ist auch nicht schlecht. Junge, du bist so kacke, der den ganzen Sack ist er leckt, Alter. Ich kann nicht gekickt werden, no joke. Hey, was kann ich da... Willst du mich erfaschen? Du wurdest gerade so kacke weggenockt, Digga. Das hättest du jetzt meinen fünfjährigen Bruder geschafft. Und du würdest mir erzählen, dass ich kacke bin, wenn ich tausende Mels habe. Werde dir denn das Gehirn gekackt, Alter. Deine Mutter, du Hurensohn. Junge, warum hat TNT-Schutz du Opfer, Alter? Du kannst ja auch nicht zu Hause, weil du auch nur bohren kannst. Junge, schreibst du in deinem Wirkung, wenn wir euch nicht oben haben, kann ich schnell TNT-Schutz bauen. Was denn mit Digga? Damit wirst du bei jedem Plan angenommen. Ey, ich bin nicht am Arsch. Was für 1000 M.S., Alter. Du wirst volle Barsch. Ich habe ja nämlich anpisst, wenn ich lagge. Du lagst null. Ja, jetzt. Oh, jetzt. Grad nicht. Halt mal, Johan. Du brauchst doch nicht reden, Digga. Doch, Digga. Was ist mit Paul? Ich muss jetzt essen. Ich bin gerade auf der Hand fürs Lager. Achso. Ja. Zudem habe ich gesagt, dass ich lagge. So, sperrt euch mal nicht, Alter. Dann mach trotzdem jetzt Base-Death. Ja, ich mach ja auch Base-Death. Ja, dann kann ich mich erreichen, was ich weiß halt. Fröhlich muss ich so erstmal essen. Bis gleich. Was ist das da? Weiß das jemand? Nehmt das nicht zuerst, Alter. Doch, Junge. Nehmen die mal raus zu gehen. Digga, ich habe die Reusane gezogen. Aber ich verhalte ihn einfach. Man macht's ja echt gut, aber wir können ihn locker kriegen jetzt. Er wurde gerade so penetriert. Ja, der noch ein Hits von mir. Gott sei Dank. Und ein Fuliko, Paul. Hast du Stärke? Nee. Das card ich einfach. Ey. Mach dich schnell Stärke, Paul. Mach dich schnell Stärke. Ja, I think it's... Ja, wie ohne Gold? Er braucht gerade. Ja, ne. Hat dich. Doch nicht. Paul, dein Band. Oh, my God. Unser Bett. Paul, Bett? Ne, jetzt Bett verlieren. Ich geh zur Brombe. Ich mach' n, Digga, wenn er mich knockt. Er haut Paul runter. Hast du ihn? Voll quick. Aber jetzt Paul. Aber jetzt steht Paul im Spawner. Keine Sorge. Ja, dann lass ihn mit Schafen oder so. Geht das? Nein, mit Schafen kannst du ihn nicht töten. Die fallen mal alles weg, was geht. Er ist ja jetzt im Spawner und sammelt alles ein. Nein, er ist am Spawn. Und wieder Fuliko fallen? Die kann gerade alles gemütlich wegschieben. Er ist ein nice girl. Ich bin einfach... Ich bin gleich so viel scharfer. Mann, ich bin mir jetzt aber unsicher. EP! EP! Ey, das gäbe es nicht. Alter. Weißt du, was er macht, Digga? Er wirft auf das Bett auf, setzt sich instant ins Web mit der Eisenpick und Boards ab. Weil er hat so viel Schafe in die Zähne, wie es geht. Ja, mach echt, mach echt, Paul. Mach Eisenschwerter und so rein. Paul, wie viel Gold hast du? Vier. Und? Du hast einen Schafstack, oder? Ja, hinter mir ist einer, was ich nicht wusste. Allein, ob das auch echt ist. Ja, du darfst du raus. Ja, komm. Komm, Schicht. Komm hier rauf. Ja, ich... Ich hab jetzt... Ich fahr... Ich fahr kaufs an, hier. Hier, hab's. Decker. Ja, trotzdem, der bringt 30k, Alter. Ja, weil das ist ja gar nicht mehr wert, ich würde auch verkaufen. Am Anfang auf FIFA würde ich ihm immer alles verkaufen. Und dann mach ich... Dann mach ich ein paar SBCs lieber. Ja, ich bin richtig so, ich bin zwei, oder? Hast du ihn? Nein, Digga. Ja, ich war tot und du bist irgendwie runtergegangen. Ja, ich war mal noch. Wen hab ich hier verkauft? Ich hab Lewandowski verkauft, nice. Digga, warum war das so ein Clanjumper, ne? Wer? Robert. Du bist auch ein Clanjumper. Gestern war er noch in den Proof, jetzt ist er in den Galaxy Clan. Hey, im Proof hat er aber auch am Clanjumper aufgelöst. Ich finde, du warst gestern auch noch in den Galaxy Dings, ja? Ja, ich hab ihm gesagt, dass ich Dings verloren habe. Ey, aber hier im Proof hat er auch aufgelöst, da kann er ja nichts für. Ja, genau. Wollen wir gegen anderen Clanjumper spielen? Hey, ich geh jetzt Champions League gucken. Oh Mann, ganz was tolles. Wo kommt Champions League? Geil. Geil. Und, und Bayern, Paris, glaub ich auch, Zeit, die er versorgt. Ja, ich guck, Digga. Ich bin für PSG. Ich auch. So krass, Junge, jetzt die zerballern Bayern. PSG! Das ist echt so. Paul, äh, weißt du, welches Team PSG hat? Ja, sorry, Digga. Weißt du, welches Team PSG hat? Nee, Digga, ich deck auch Neymar zurückgeguckt. Ja, Digga, Neymar kann T. Junge, ich bin für zwei Spieler. Ja, Junge, dann am vorne im Kasten Dings da. Lewandowski. Ohle. Wie dieser, äh, live, oh, wie hieß der nochmal, ähm, Kiefers LFC hat grad'n Clan verlassen. Ja. Ja, sein können das eine interessieren. Echt? Ohle? Ohle? Ich hab grad so Dings, ne, ähm, hier heißt es. So ne, so ne. Ja, und, ähm, ich hab einfach, ich hab, nein, aber ich hab einfach, ach so. Was ist? Ähm, ja, oder hast du jetzt TS gekauft? Nein, mir gibt ja keine, ne PSC. Was hast du jetzt? Ey, wir können doch hier... Digga, du verdienst so viel Geld im Monat und du musst doch bei der Mutterpost gar nichts bezahlen. Ey, ich hab grad grad nen Autounfall gebaut, ich muss die Scheiße jetzt erstmal bezahlen. Was hast du gemacht? Was? Was? Du Autounfall. Ich bin grad rückwärts, ich bin grad rückwärts in eine Laterne gefahren. Du Genius. Ich hab meinen Führerschein seit einer Woche, das kostet jetzt erstmal 60 Euro Strafe. Hey, ja, juck doch keiner. Alter Junge, du bist ja echt... Lass mal BO spielen. Alter. Ja, witzig, wenn ich läge, Digga. Das gelächte ich mit Paul. Ey, Ole, ich hab grad so ne SPC für 7K gemacht, ich erstmal dann mal hier raus, Alter. Äh, Sahne. Sahne raus. Hey, ich hab direkt... Ronaldo Team auf die hier gezogen. Halt dein Paul. Team auf die hier, Digga. Warum Ronaldo auf die hier, Digga? Warum Ronaldo auf die hier, Digga? Warum Ronaldo auf die hier, Digga? Du lächerst ja dumm. Ja, bist du dumm. Ja, äh... Ja, äh... Digga, du hast ja gar keine Ahnung von FIFA. Ey, äh, ist Paul hier? Digga, ich hab so lange kein FIFA mehr gespielt, das hört mich aber auch gar nicht. Ja, ich auch nicht. Das letzte Mal hab ich FIFA 11 gespielt oder so. Digga, ne, so spät auch nicht mehr. Alter, Kexa. Kexa hat einfach von seiner Freundin so, so ein Zettel. Viel Spaß bei FIFA 18, ich liebe dich so ein Herz. Nes, die Ananas-Drink, Zigaretten, Snickers, 20er, Playstock Card und FIFA 18. Nice, Digga. Nice. Er raucht dich, Kexa? Ja. Oh, ich wusste nicht mehr. Digga, ich war letztendlich auf der S. Digga, aber ich würde doch nicht eine Aufholung brauchen beim Zocken, was mit ihm? Ich war letztendlich mit Kexa auf TS, ich hab halt gedacht, er hätte eine viel tiefere Stimme. Paul ist nicht da, Digga. Dachte ich auch. Winnie. Ach, echt? Er hat eigentlich davon... Ja, warum soll ich online kommen, Digga? Werde ich jetzt Lieder? Boah, Stimme. Digga, ich werd eh jetzt voll inaktiv in mein MC, Alter. Ja, Digga, super. Ja, ich auch, Digga. Finn lief mal Party. Finn lief mal Party. Ich muss ja Geld dran schaffen, Digga. Was? Digga, Finn, wieso bist du überhaupt im Clan? Finn lief mal Party. Wieso ist Finn überhaupt einen Support da auf TS? Digga, ich bin sogar Admin oder so, HDS, Digga. Oh, Messi ist im neuen Team of the Season, Alter. Kuschelbär Finn, Digga. Äh, ja, meinte ich doch. Ich muss mal Finn wieder so cool einsprechen bei der Langebot. Oh, ey, Sharabi. Das sind echt geile Spieler. Du bist in Finn. Pfff. Spaß. Nein, das ist auch schon. Digga, aber wie? Das war auch aus Versehen, Digga. LOL. Einer aus der dritten Liga hat ne Inform-Karte bekommen. Wer? Wappen? Unter Haching. Haha. Wie, wie, wie Galke. Hä? Ich hab auch in Form. Der hat erst mal geschrieben. Der hat erst mal geschrieben. Oh, was hast du denn so ein Skin? Hä? Ist doch er denkt auch ein Viro-OG. Ich bin jetzt vierter Liga. Ich bin jetzt vierter Liga. Ich bin jetzt vierter Liga bei FIFA 18. Hä? Ich bin jetzt vierter Liga oder? Ich bin jetzt vierter Liga bei FIFA 18. Nein, dritte. Hä? Alvaro Morata. Ey, ich hol mir, ich hol mir am Freitag 55 Euro FIFA Points. Ihihihi. Ja, aber dieses Jahr... Alter, ein Freund von mir meinte so von wegen, ja, FIFA 18, ich steck erstmal 100 Euro. Ich triff mir so, bist du dumm? Ich steck 50 Euro. Ich steck 50 Euro. Das macht gar keinen Spaß, wenn man sich so alles kauft. So Packs öffnen ist ja geil, aber... Ja, ich öffne Packs. Anders kannst du keine Packs öffnen, wenn du keine Kohle reinsteckst. Ja, stimmt. Nein, ey. Ja, ich krieg's damit gut genug, ey. Boah, Leute. Liga, ich schwöre, YouTuber, so wie CZ Schubech oder so, die geben im Jahr, also in einem FIFA mindestens gefühlt eine Million Euro aus, Alter. Liga, hast du schon mal FIFA Gaming gesehen, Junge? Der hat... Der haut da rein, Junge. FIFA Gaming wie im Osras, ich hasse den. Jeder haut da auch rein. Hä? Ich finde... Der hat so Autismus oder so. Ja, guck dir mal real FIFA an, da weißt du was Autismus ist. Junge, wer ist das überhaupt, Mann? Oh, ich bin runtergelaufen. Ey, zu uns kommt einer. Liga, guck dir Gamer-Browser an, der macht dir AKO und so einen Scheiß. Toll, Bass weg, Junge! Paul! Was stehst du denn? Was für Burschen, Digga? Fynn, Alter, du stehst hier hart viel cool in der Bass, Digga. Ey, aber mit Bass... Hallo, Paul! Hey! 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 Du wärst echt fast verreckt, du kleinste Luisa! Nein! Leute! Doch, man hat an deiner Stimme richtig gemerkt, dass du richtig eingekackt hast. Hier, Paul! Aaaaahhhhhh! Klar heck der rein, Digga, klar! Dein Motorgeld ist dran, Digga, ich hatte voll Bock auf Mord in dem Claren, Schau, war und schau. Ich auch. Eigentlich bin ich a Founder, ne? Ich hab nicht mal mehr irgendeinen Reifen, ich bin nur noch Messer. Achtung, grüner Dumpf. Ey, ohne, du bist so dumm, ne? Hey, hol den Moderator! Hä, meinst du Mod auf Vom oder Mod? Ja, kurz. Hau da auf deine Fully Q, mach dir Fully Q. Hä, du hast gesagt, ich hab voll auf den Moderator oder auf den Mod im Clan. Ja, im Clan zu sein. Du musst dich bewerben, ne? Wie könnte ich sie tun, halt? Ja, er ist ein Fully Q, Dicke. Hau echt hin, komm mal. Ja, halt. Mensch, Mensch. Kann auch nix mit so einem am Spawn-afk-stehenden Paul machen. Schlecke, Dicke. Ich kratze mir grad die Eier, Dicke. Hallo, Paul, können wir spielen? Können wir BO spielen? Ich hab keinen Bock mehr für den Spielball. Nein, ich bin Dicke, da ist ein Fully Q. Ey, bei hast du gesehen? Ich hab kein Fully Q. Ich hab kein Fully Q. Hau! Ich hab kein Fully Q. Tschau. Ey, Paul. Oh, ey, der Paul ist weggegangen. Ich quitt. hat irgendjemand einen geilen bett sound ja der normale jungs ok warte wer will mit mir betten um das pc gewinnt betten um csgo's geht was für welche er für 50 euro kannst du nicht bei mir kaufen ja ich bin so wie finn sein großer bruder ich hab ihm das spiel gezeigt da wollte er direkt spiel nigger lassen wir auf revie spielt und dann seine schwester solex hat das ein bisschen aufgefrischt der ist solex richtiger arsch kriege voll die missgebote junger der größte spaß die hat da ja so ist größer wohnsohn ich bin auf revendzeit warum was weil er ein hurensohn ist bei mario er ist mega arrogant und er ist voll das kid ja man kann ja auch mal so tun als ob man jemanden mag ja finn straße ja ey Ole ja am 9.10 fahr ich zu finn und Gabriel ne Digga ich bin immer wieder und find der 31er verpiss sich einfach Digga was soll ich denn machen mit meiner ähm Familie bleib zu Hause wahrscheinlich 9.10 was ist das für'n Tag Ferien ja was ist das für'n Tag Samstag mein Gott ich hasse mein Leben und dann darf ich nur von Samstag auf Freitag reiben bei Gabriel ne naja entspricht der der be die die